Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Transport Fever, meine lieben Freunde. Hier zurück im mittlerweile 4 Städte-Eck, Lossa, Matzenbach, Neuenheilingen und Biersacksschlag natürlich oben im Norden. Auch wieder mit von der Partie. Ich entschuldige mich nochmal für letzte Woche, da ist leider ausgefallen. Keine Zeit gehabt, liebe Freunde. Ja, so ist das manchmal. Jetzt geht es aber natürlich wieder weiter hier, denn wir müssen Geld machen. Wir müssen sehr viel Geld machen, aber wir kriegen auch natürlich einiges an Geld. Zum Beispiel haben wir ja jetzt Lossa angeschlossen, unter anderem hier mit diesem Personenzug, wo jetzt schon 21 Leute drin sind, immerhin. Aber natürlich auch mit Bäckereifachbrot oder so, auf jeden Fall mit Brot. Und das wird jetzt gerade hier hingeliefert. Hier ist aber auch jetzt, was habe ich hier gemacht? Ob das alles so funktioniert, ist aber auch... Ne, das fährt ganz woanders hin. Fährt ganz woanders hin. Das Ding bringt Brot nach Neuenheilingen. Das finde ich auch gut. Da bin ich auch dabei. Und da können wir mal gucken, wie ist denn da? Da ist eine mittelmäßige Versorgung derzeit. Aber immerhin, ne? Aber immerhin. Was haben wir momentan an Schulden? Eieieieiei. Wir müssen unbedingt mal jetzt Schulden zurückzahlen. Wir zahlen uns da dumm und dusselig, was die Rückzahlung, beziehungsweise was die Zinsen angeht. Da wäre ich gerne mal auf Null. Vielleicht machen wir das jetzt allererstes Mal. Hier wird wieder gewartet und gewartet. Warum? Weil hier der Zug vorbei möchte. Aber warum habe ich denn da... Das Ding hier müsste doch anzeigen, dass er eigentlich durch kann, aber... Nicht sicher. Not sure. Ja, langsam aber sicher hoffe ich, dass das hier sich jetzt mal einpendelt erst mal. Die Züge, die jetzt von... Unsere alten Züge sind immer gut ausgebucht. Das kann man nicht anders sagen. Aber hier, das verstehe ich noch nicht, ne? Er hat ja immer noch die Züge hier... Wieso fährst du nicht? Das macht überhaupt keinen Sinn. Doch, macht's. Warum fährt der hier rüber? Moment. Das müssen wir jetzt mal ändern. Da muss... Da muss... Hier... eine Schiene hin. Oder ging das nicht? Was ist denn hier Steigungen zu groß? Was laberst du? Und du bist... Das ist ja lächerlich. Da jetzt... Äh, jetzt stecken wir jetzt. Scheiße. Ach, egal. Das ist jetzt erstmal... Ich will jetzt keinen weiteren Kredit aufnehmen. Da müssen wir jetzt erstmal gar nicht sparen, habe ich das Gefühl. Denn es muss sich erstmal alles einpendeln, was ich jetzt neu gebaut habe. Ich habe ja richtig viel Geld ausgegeben. Unter anderem halt für diesen wunderbaren Zug, der jetzt ankommt und aber... 48 Brote dahin liefert. Und das ist schon eine ordentliche Menge. Und es gibt auch ordentlich Kohle, weil er echt lange braucht. Aber das ist schon mal ganz gut. Also das gibt jetzt... Dazu kommen wir auf jeden Fall im Plus, denke ich, oder? Oh ja. Oh ja, sehr gut. So, warte mal. Dann bauen wir jetzt gerade mal da die Schiene, die ich gerade bauen wollte. Damit der da auch rüber kann. Bauen wir das hier nicht. Ich verstehe aber auch gar nicht, warum der hier überhaupt rübergegangen ist. Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Welcher Zug wann das? Das war der, ne? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Warum fährt der denn jetzt schon wieder nicht? Ich weiß nicht, ich ralte es nicht. Das ist doch alles drauf. Zwei, das kann gar nichts sein. Wir müssen das im Auge behalten, hier mit dem Banging fahren, oder nicht. Kann ja nicht sein, dass irgendwie einer die ganze Zeit nur rumsteht. Auf jeden Fall nimmt der hier immer noch kein Getreide von hier mit. Es wird alles hierhin geliefert. Warum auch immer. Produktion wird immer größer. 330 mittlerweile schon. Was? So, jetzt hier. Warum fährt der nicht? Es kann überhaupt nicht sein, dass der nicht fährt. Warte auf freie Wege. Ey, bist du blöd, oder was? Wärst du jetzt, wenn der dann vorbei ist? Auch nicht. Ne, jetzt hab ich ja kein Geld. So, jetzt fährt er. Verstehe ich ja nicht so genau, was da Sache ist. Jetzt müsste er, fährt er wahrscheinlich nur bis hierhin, oder was? Aber das kann ja eigentlich auch nicht sein. Der dreht ja jetzt. Der lädt ein und dreht. Da wird mir sehr viel Brot, ne? Kann man vielleicht auch mal darüber nachdenken, die Züge zu verlängern. Warum redet er denn nicht jetzt im Pferd? Äh? Boah, ich verstehe die Scheiße nicht. Nervt mich schon wieder hier. Was macht der denn? Keiner weiß es. Ich muss dem mehr Brot-Anhänger geben hier. Was kosten die denn? Massenproduktion. Aha. Wow. Äh, Quatsch. Züge kaufen. Brot. Haben wir die wahrscheinlich, ne? Ne. Äh. Lebensmittel hier. Ähm. Ja, dann kaufen wir davon jetzt noch ein paar. Hat ja keinen Sinn. Ich hab so viel Brot da. Eins, zwei, drei, vier. So. Jetzt ist aber immer noch die Frage, was er da macht. Wieso fährt der nicht los, ey? Es regt mich auf, ey. Ganz ehrlich, ich fährst jetzt ins Depot. Fuck mich mal nicht ab jetzt. Hat doch jetzt... Ah, Mann. Jetzt ist er vorbei, oder was? Das Spiel macht einen wahnsinnig. Ganz ehrlich, so hier, warte mal. Machen wir das schon mal zurück. Ich hab doch wieder Kredite aufgenommen, neben Harry. Kannst du jetzt bitte direkt losfahren. Dankeschön. So, und du fängst die jetzt ab. Die brauchen wir jetzt erstmal nicht. Und die anderen drauf. Hat ja keinen Sinn. Das hat ja keinen Sinn. So. Ähm. Zack, 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 zack. Weil ich könnte die auch dran lassen, oder? Ich lass mal... Ich will eigentlich mal einen dran lassen. Um zu sehen, wann es denn soweit ist, weißt du? Wann wird Getreide da mal abgeholt, so? Ich lass mal einen dran. So, Linie... Was war das jetzt? Das war Linie 9, ne? Ja. Fehler. Weg zur Haltestelle kann nicht gefunden werden. Was ist los mit euch? Ist da alles in Ordnung hier? Vor allem fährt der jetzt wieder zuerst dahin. Es nervt. Es nervt. Ich reiz nicht. Ich reiz nicht. Ist mir jetzt auch egal. Wer macht das schon irgendwann? Ich weiß auch nicht, was jetzt da eben für ein Fehler war. Und warum er jetzt wieder auf freie Wege wartet? Der ist doch schon da vorbei. Hier, da muss er doch... Da ist er doch schon vorbei. Ey, diese Scheiße rall ich nicht. Der kann doch schon fahren. Dieses Spiel fuckt mich wirklich ab, ey. Ich hab keinen Bock mehr daran sein. Ich werd's ersetzen durch irgendein anderes, besseres Spiel. Das ist doch viel zu dumm hier, ganz ehrlich. Wieso kann ich... Oh, schon wieder kein Geld. Mann, ey. Ganz ehrlich. So, wie sieht's mit ihm hier aus? 21 nur, ey. Wir wollen noch nicht so viele hin hier nach Lossa. Scheint mir so der... der Kasus knackt ist momentan zu sein. Ähm. Man kann gar nicht alle Züge so im Blick haben. Wer jetzt fährt und wer nicht, der ist immer dran. Wer hier fährt auch. Wer fährt... Das ist alles nervig. Der könnte auch noch mehr Anhänger kriegen. Mal ordentlich Minus jetzt gerade. Ah, Gott. Wieso ist hier eigentlich Brot? Wieso liegt hier Brot? Das ist auch keine Sand. Das ist richtig. Hier kannst du jetzt anhalten. Jetzt kannst du aber losfahren. Mann, warum machen die das nicht? Warum? Wirklich, ne? Ich... Ich hasse dieses Spiel dafür. Wirklich. Du sollst auf Gleis 1 und das andere soll auf Gleis 2. Das kann doch nicht so schwer sein. Er kann doch dann hier rüber. Ich hab doch hier ne... Da kann er doch... Terminal 1, Terminal 2. So. Und warum... Was macht er hier? Wieso ist das denn schon wieder... Das ist doch vollkommener Blödsinn. Wohin fährst du? Was tust du hier? Warum fährst du hier zurück auf diese Spur? Das ist doch vollkommener Schwachsinn. Das ist doch vollkommener Schwachsinn. Jetzt halt nicht Brot holen, ganz ehrlich. Wie langsam kann Einzug sein, der hier? Das ist ein Witz. Jetzt ist da auf einmal Getreide. Jetzt hast du es abgehangen, die Scheißdinger. Und jetzt ist hier Getreide. Sag mal, verarschen die mich? Ich, wirklich. Ich weiß nicht mehr, was ich hier noch tun soll. Dieses Spiel ist heute komplett böse. Verarscht mich nur noch hier. Absolut lächerlich. Jetzt hat er hier einen verschissenen Waggon, den er jetzt mit Getreide füllt. Lächerlich. Hier wäre ich jetzt auch wieder voll, wenigstens. Wo hast du jetzt Getreide? Hartgetreide. Das erste Mal bringt dieser Zug Getreide. Wieso bringst du Brot hoch? Das habe ich jetzt da nicht so ganz verstanden. Warum hier überhaupt Brot lag? Wieso lag hier Brot? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Hier wird kein Brot produziert. Ich verstehe nicht, wo die sechs Tonnen Brot herkommen. Aber das soll mir jetzt auch egal sein, ey. Dem hier werde ich jetzt bald noch weitere Brotanhänger kaufen. Macht ja Sinn. So, jetzt laden wir da ordentlich Brot ein, da du Knallwurz. Ich sag dir die Buben. Was ist jetzt? Hier am Sechsten. Was? Warum? Was ist denn das jetzt schon wieder? 55. Hä? Warten alle von Linie 10 oder was? Alter, lächerlich. Oh Gott. Warte mal. So. Ich hole jetzt noch welche. Nein. Ich hole jetzt noch ein paar Brotdinger für die. Wie sind das jetzt? Drei. Nee, ich will mehr. So, kriegen die auch noch fünf. So. Das heißt, Il Monsieur. Wo ist er, mein rot Typ? Hier. Der fällt gleich schön ins Depot. Alter. Hier sind ja erst Flugzeuge oder was. Opel Blitz gibt's auch. Aber die wollte ich jetzt eigentlich nicht nochmal austauschen. Ich wollte jetzt eigentlich auch weg von der Straße irgendwie. Oder? Ist das richtig? Sollte ich, oder? Warum fährt der immer noch nicht? Ich muss noch vier Brotden kriegen. Ja, warte mal. So, eine Million zurückgezahlt. So, und du fährst jetzt mal ins Depot. Ist mir scheißegal. Immer mache ich das Falsche. So. Ist scheißegal in welches. Nein, ist gar nicht. Moment. Kann ich einstellen in welches er fährt? Erfährt ihr jetzt denn das, ne? Warte mal. Nein, 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 nein. Ist der jetzt? Ich dachte schon, der wäre jetzt da. Ist der immer noch da? Der ist immer noch da. Was macht der denn hier? Da ist doch jetzt genug Brot drauf. Hey, der ist doch voll. Ich verstehe es nicht, was der jetzt hier macht. Dieser Zug. Weiß das irgendjemand, was dieser Zug jetzt hier macht? Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, was dieser Zug jetzt hier macht. Ich muss diesen... Das liegt bestimmt hier dran. Der wartet auf irgendwie jetzt Getreide oder was. Ich habe keine Ahnung. Ja, jetzt halt auf einmal. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist vollkommen wahnsinnig, dieses Spiel. Kann mir irgendjemand sagen, was dieser Zug da jetzt gemacht hat? Irgendjemand, bitte. Ich hänge den weg jetzt. Ich mache einen Eingel. Ich mache keine gemischten Züge mehr. Das ist irgendwie... Ist da der Burm drinne. Ganz ehrlich, ey. So, und du fährst jetzt ins Depot. Nein, du Sack! Da oben in das Depot! Boah, das Spiel macht mich wahnsinnig. Wirklich. So was benutzerunfreundlich. Das habe ich halt echt selten gesehen. So, und jetzt fahr in dieses fucking... Ey, ich habe keinen Bock mehr. Wie kann ich denn jetzt sagen, dass der in dieses fucking Depot hier fahren soll? Ey, das gibt es doch nicht. Verein dieses Depot. Das muss doch gehen. Das kann doch nicht wahr sein. Ich verstehe es nicht. Ich höre auf hiermit. Das ist die letzte Folge, Leute. Ernsthaft. Ich suche mir ein anderes Projekt. Das macht einfach keinen Spaß. Weil man einfach nicht versteht, was dieses Spiel jetzt von mir will. Wieso gehst du nicht in dieses scheiß Depot rein? Du Sackratte! Ich verkaufe dich sonst. Kein Weg. Da! Ich weiß warum. Oh, jetzt habe ich hier kein Geld mehr, ey. Es ist doch zum Kotzen! Ja, jetzt müsste er doch fahren. Mein Weg. Komm schon. Du es. Er ist ins Depot gefahren. Dann fängst du mir jetzt noch die Scheiße an. Zack, 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 zack. Linie 10. Zack. Bitteschön. Was willst du schon wieder? Hier unter Bier Sack Schlag. Fährst hier lang. Fährst hier lang. Sieht alles gut aus. Fährst hier lang. Hier sieht es nicht so ganz gut aus. Aber es ist wurscht. Sonst ist da alles richtig. Na. Wird er schon machen. Wird er schon machen. Fährt natürlich jetzt erstmal nach Lossa. Warum auch immer die es tun. Das ist auch so richtig dumm einfach. Fährt jetzt leer. Den ganzen Weg dahin. Leer. Den ganzen Weg zurück. Kostet unheimlich viel Geld. Aber es scheißt doch drauf. Ich scheiße drauf. Ernsthaft. Leute. Und ich scheiße jetzt hier drauf. Denn das war es jetzt erstmal. Ich weiß nicht, ob ich nächste Woche wiederkomme. Ich bin wirklich sehr, sehr enttäuscht. Von diesem Spiel. Und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Hier beim Transport Fever. Tschüss.